Hey, 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 hello, grüßi, willkommen und so weiter. Es geht wieder weiter mit St. Gallen und mir dem Frank. Ich war jetzt ein paar Tage nicht da, beziehungsweise ihr habt davon nichts mitgekriegt, weil ich ja schon aufgenommen hatte über eine Woche vorher. Ich bin mal gespannt, ob ich noch reinkomme. Ich habe, glaube ich, schon wieder alles vergessen. Nein, nicht ganz. Ich habe auch noch einen guten Tipp bekommen für den Transfermarkt. Das heißt, wenn ich wieder Spieler kaufe, kann ich mir oder soll ich mir am besten mal den Fortschritt der Spieler anschauen. Und aufgrund dessen könnte ich einen Spieler billiger kriegen, der kurz vorm Aufstieg steht. Ist eigentlich logisch, aber ich habe da nie dran gedacht. Aber ja gut, ich bin auch schon alt. Das heißt, ich muss nicht alles wissen. Und ihr habt mir die Tipps gegeben, beziehungsweise es war Christian Krüger, glaube ich, hieß der. Ich gucke noch mal gerade nach, weil es ist schon wichtig zu wissen, von wem der Kommentar kam. Und ich gucke noch mal. Und er kam. Na, wo ist er? Ich suche ihn gerade. Ich scrolle gerade runter. So, gleich sage ich es euch. Das ist auch lustig. Über das Tool von YouTube ist er noch nicht verfügbar. Aber ich glaube, es war Christian Krüger. Ich bin mir sogar fast sicher. Ich öffne es einfach mal hier. Dann sehe ich das ganz genau. Dann wissen wir alle Bescheid. Und dann kann man mich gleich noch mal loslegen und weiterspielen. Und ich bin schon ganz gespannt, ob es passt, wie es wird. Und überhaupt, ja, Christian Krüger war es. Und vielen Dank nochmal, Christian. Ich werde das auf alle Fälle ausprobieren. Er hat geschrieben, achte bei den Transfers mal auf den Fortschritt der Spieler. Justin Reinhardt und Daniel Cabral de Oliveira standen kurz vor der nächsten Stufe. Da kannst dann ein oder zwei Spieler günstiger bekommen. Und er steigt dann bald auf in der Stufe. Genau das werden wir dann auch mal beachten. Also wenn ich dran denke, aber ich denke mal, ich denke, dass ich denke, dass ich gedacht habe zu tun, was Christian Krüger mir gesagt hat. Also nochmal, danke dafür. Und dann haben wir jetzt auch schon zwei Minuten verlabert mit der Suche. Und deswegen schauen wir einfach mal rein. Ich muss hier bei den Spielerwerten irgendwie versuchen, das mal hochzukriegen. Ich habe keine Ahnung, wie ich das mache. Wahrscheinlich mit Gewinn. Aber wir sehen das einen nach dem anderen. Was ich mir auch noch vorgenommen habe, ist, ich möchte mal schauen, dass hier nicht zu viele rot sind. Das heißt, wenn hier jemand rot ist, dann könnte ich mir vorstellen, dass die entweder zu wenig ausgelastet sind und oder zu viel da sind. Genau das ist es, was ich eben schauen muss. Und das kriegen wir auch irgendwie hin. Das heißt, wir machen hier jetzt ein weniger. Hier könnten wir auch noch ein weniger machen. Wir machen jetzt eins nach dem anderen. Immer schön eine Abteilung nach der anderen. Auch hier ist bestimmt einer zu wenig. Da ist es okay, würde ich sagen. Aber das sehen wir dann gleich. Genau. Immer einen nach dem anderen. Haben wir denn Verletzte? Nein, haben wir nicht. Das ist schon mal gut. Und dann würde ich sagen, schauen wir doch einfach mal, wie es uns weiter geht. Also ich kann es kaum abwarten. Also erwarten, abwarten. Naja, ihr wisst schon, was ich meine. So. So ist es mal so lassen, wie es ist. Ein bisschen Beweglichkeit, ein bisschen weniger trainieren. Könnte funktionieren. Ja, und hier sind wir sowieso 100 von 100. Ruhiges Aufbauspiel gegen die Jungs aus Bern. Ich glaube, die sind sogar Erster. Ja, es wird ein spannendes Spiel. Und 30 Tage sind es dann noch bis zur ersten Pokalrunde. Naja, Patrick Sutter, da hat jemand Interesse. Shanghai Shenzhou hat angeblich Berater bereits kontaktiert. Dann lasse ich mich doch mal überraschen, was da passiert. Ich müsste natürlich auch noch die Zeitung wegklicken. Das ist, wie man die Zeitung wegschmeißt. Wir sind schon bei Let's Play 141. Das ist eigentlich schon der Wahnsinn. Ja, nebenbei noch FIFA angefangen. Weiß nicht. FIFA ist halt schon lustig. Heute in der Arbeit nochmal gegen einen Kollegen gespielt. Ja, wir haben eine PS5 in der Arbeit und wir spielen ab und zu FIFA. Hat Spaß gemacht. Einmal habe ich 2-0 gewonnen. Und einmal habe ich 5-1 gewonnen. Obwohl ich eigentlich ein schlechter FIFA-Spieler bin und die letzte Zeit immer verloren habe. Naja. So, wie spielen denn die Young Boys? Das ist hart. Ja, da kannst du eigentlich nur defensiv auftreten. Alles das bleibt wie gehabt. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir sogar mal auf defensiv. Wir können ja nachher nochmal ein bisschen hochgehen. Abgesichertes, ruhiges Aufbauspiel über die Flügel. Wenn ich jetzt mal hier überall ausgeglichen machen würde. Ich zeige es euch mal. Ich glaube, da hat jeder 20 hier, oder? Wäre ja auch noch lustig. Das heißt, wir kommen über alle Seiten gleich. So, kann ich nochmal zurückgehen, um zu gucken. So, wenn ihr das so seht. Und hier 10-8, 10-9, 10-4. Mitte sogar ein bisschen stärker. Und wenn man sich die Gegner anschaut. Ja, wäre eigentlich die Mitte immer noch besser, als über die Außen. Aber ich will mal probieren, demnächst. Oder soll ich es jetzt probieren? Nein, jetzt machen wir es nicht. Das heißt, wir gehen jetzt auf die Außen. 25, 24, 24, 17, 17, 18. Das lassen wir jetzt mal so. Und dann schauen wir und harren der Dinge, was da auf uns zukommt. So, ich könnte auch mal sagen, wir machen regelmäßig. Will ich auch mal probieren, ob das funktioniert. Hier sieht es ja noch ganz gut aus. Und dann schauen wir mal weiter gegen den ersten Platz. Wir sind vierter. Lassen wir uns überraschen. So, es gibt, wie immer, 18.000 gibt es. Das passt. Das ist logischerweise Genie. Der darf die Mann-Deckung übernehmen. Ja, viel sagen kann man nicht. Das ist unser Lieblingsgegner. Naja. Ich würde sagen, ich sage mal gar nichts. Kann falsch sein, muss es aber nicht. Und dann schauen wir mal, was passiert. So, wir gehen mal. Jetzt bin ich wieder auf Text. Naja, ich wollte die Szene nochmal einstellen. Aber ja, Angriff, St. Gallen, Eckball. Ausgeführt. Spielt ab. Zieht wuchtig ab. Vorbei. Kann man auch machen. Muss man aber nicht. Gelbe Karte für Berua. Freistoß. Freistoß morgen Beuys. Also das Defensive scheint gerade noch so zu funktionieren. Mladenowitsch. Axensiev zu Berua. Und der ging vorbei. Ganz knapp in der 29. Minute. Gelbe Karte. Bela Zimmerer. So, die Young Boys kommen über Zimmerer mit einem Einwurf. Aber Beuys hat den Ball und erklärt. Wir kontern direkt. Langer Ball auf Armstrong. Der dribbelt und dribbelt und dribbelt und dribbelt und sucht den Abschluss. Ganz, ganz knapp war es nicht. Aber zweieinhalb Meter vorbei. Und wir nochmal vor Ablauf der ersten Spielhälfte. Eiter mehr. Dribbelt sich in die Mitte durch. Spielt den Ball auf Armstrong. Der spielt heute gut. Dribbelt sich wieder durch in den Strafraum. Gibt den Ball auf Mladenowitsch. Und der hämmer das Ding rein. Alexander Mladenowitsch mit dem 1 zu 0 im Kibun Park. Und wir sind wütend ohne Ende. So, ich würde mal sagen, wir loben mal. Und zwar würde ich gerne Armstrong loben. Der hat das auch mal verdient. Du spielst super. Und ich würde auch gerne Mladenowitsch loben mit Du spielst super. Dann können wir nämlich genauso weiterspielen. Armstrong und Mladenowitsch. Beide freuen sich über das Lob. Gibt wieder eine Strafe für Basel. Oder auch nicht. 60 Minuten rum. Sieht noch recht ausgeglichen aus. 80 Minuten rum. Die Defensive steht. Sutter. Beuys. Ja. Und da ist wieder Zbinden. Zbinden. Oder Zubinden. Ihr wisst schon, was ich meine. Beuys. Eitamir. Axentiev. Und dann ist Zbinden wieder da. Zbinden rettet Bern. Vor noch mehr Toren. War ein Megaspiel. 1 zu 0 nur gewonnen. Aber es reicht. Mit 1 zu 0 bin ich sehr zufrieden. Das sind weitere drei Punkte. Wir klettern auf Platz 3. Platz 2 ist Lugano. Platz 2 ist Lugano. Und ist noch alles drin. Es ist noch alles drin. Sion gewinnt gegen Luzern. Zürich gewinnt gegen Zürich. Basel verliert. Gut für mich. Sonst wären wir wohl noch vierter geblieben. So. Kondition und Frische sieht für mich okay aus. Dann kann es ja weiter gehen in der englischen Woche. Erstmal Eitamir. Evangelista oder Grätzig. Ich werbe für Eitamir. Es ist Franz Grätzig. 40%. Sehr schön. Rookie des Monats. Hat sich die Einkäufe doch gelohnt. Gefällt mir gut. Unser Offensiver mit 10,4. So. Es ist der 1.1.2032. Unsere Neuverpflichtung ist da. Adu Michael oder Michal. Ich würde sagen Michael. Michael Adu heißt da. Kriegt die Nummer 8. Das ist für mich in Ordnung. So. Alles bedankt sich. Filippo de Milato. Seine Zufriedenheit steigt auch. Funktioniert also alles. Chaveau ist zu spät bei der Autogrammstunde. Mehrere hundert Fans warten bereits. Naja. Das kann er sich erlauben. Und dann würde ich sagen. Geht's auf. Nach Lausanne am 23. Spieltag. Und dann gucken wir mal. Dann gucken wir mal. was da so auf uns zukommt. Aber erstmal will der FC Chasso Justin Diopolito loswerden. Nein. Nein, nein, nein. Torwart 7,4. Ich bin ja eigentlich mit Milev sehr zufrieden. Deswegen brauchen wir den nicht. Aber man weiß nicht. Irgendwann wird es auch einen neuen Torwart geben. Aber erstmal nicht. So, wir fahren 231 Kilometer. Die Aufstellung steht. Milev. Dann Isik-Tunan. Chaveau. Carlos Vargas. Penayo Su. Maikladu mit seinem Debüt. Arcais-Beroa. Krätzig spielt natürlich. Und auch Urea. Dem bin ich mal gespannt. Könnte ganz interessant werden. Ja, er kommt dann noch später, würde ich sagen. Muss ich erstmal ein bisschen ausruhen. So, unser Sturm ist nicht der beste. Aber es kann funktionieren. So, wir werden diesmal vorsichtig defensiv agieren. Das passt. Auch mit regelmäßig finde ich noch ganz in Ordnung. Wir könnten auch hier nochmal ein bisschen in der Mitte. Ja, dann bin ich gleich wieder auf 2020. Ja, komm. Wir lassen es mal so. Ja, mit der Mitte liege ich gut. Die Mitte kommt gut. Die Außen über die Flügel. Wäre jetzt ein Stückchen besser gewesen. Aber das passt trotzdem noch. So, es gibt ihr Geld. 20.000. Ja, 20.000 ist okay. Wir haben ja noch ein bisschen was. So, eure Eltern werden stolz sein auf euch. Kann man immer sagen. Verliert man halt ein bisschen was. Die Wut könnte auch mal ein bisschen runter gehen. Das Spiel ist ein Bonusspiel. Da verlieren wir Fokus. Das wollen wir nicht. Hier verlieren wir da etwas. Ja. Nein, nein. Die Eltern werden stolz auf euch sein. Das ist auch das, was so ist. So, Herr Vargas. Sie kriegen ihn hier. So, und Penayo darf sich um ihn hier kümmern. Und dann schauen wir mal, ob wir genauso gut abschneiden. Auswärts gegen Lausanne. Carlos Vargas mit dem Freistoß einfach mal direkt ins Tor. Carlos Vargas, der Innenverteidiger, macht sein erstes. Tja, was kann es sein? War ein direkter Freistoß. Gut, gab es wohl vorhin einen Foul. Deswegen nicht. Kai-Sou kriegt den Elfmeter zugesprochen. Schießt. Geht am Pfosten und leider nicht rein. Aber zwei Chancen schon nach acht Minuten. Das heißt was. Vargas, Apollonia, Beroa. Adu, Krezig, Urea. Uiuiuiui, da geht's zu. Da geht's zu. So, André Apollinario mit dem Einwurf. Benayo, Adu, Michael Adu dribbelt sich nach vorne. Nutzt seine Fähigkeit. Passt auf Urea. Aber Van Hoot ist da. einfach mal abgewehrt so jetzt raul asensio bei los an mit dem einwurf dann kommt der pass und dann ist das tor da los an führt eine chance ein tor ja das können uns nicht gefallen lassen das ist so so wie wieder kräzig adu beroa urea su der ball ist drin kaisu macht das 1 zu 1 in der 33 minute und der 40 erneut der fc st gallen im angriff kräzig mit dem pass auf zu aber von hut ist wieder da und rettet lausanne vor dem halbzeit pfiff aber wir geben nicht auf 45 minute wir nochmal nochmal adu der zeigt sich und ist stark aber kräzig weil zum abseits gestanden okay gehen wir mit dem 1 1 in die halbzeit vollkommen in ordnung wir sind das stärkere team es funktioniert alles so wie es sein muss alle sind fit ohne ende so dann sagen wir mal urea geiler typ spielt super und wir können kaisu noch mitnehmen und ihm sagen dass er gut spielt wir könnten aber auch adu sagen dass er gut spielt was machen wir nicht lieber sagen wir es zu kaisu hat es auch mal verdient spielst super geil so und wir sind heiß immer noch schön carlos wagas mit dem freistoß schaut euch mal das an das sagt eigentlich alles aus remedio urea im abseits sagen kann über wagers adu urea da ist es drin remigio urea mit dem 221 für st gallen schönes ding die statistiken sprechen für uns milev ist da hält den ball wunderschön das gäste team auch mal nicht so und weiter geht 60 minuten rum gelbe karte für apollinario es wird fleißig gewechselt aber noch nicht bei uns erstmal kommt zu auf kräzig kräzig auf apollinario urea beroa der ging ganz knapp vorbei der hätte von hut keine chance gehabt ist eigentlich fahren hut oder von hut laut heißt fahren hut beroa mit der ecke war gas aus einem winkel direkt an die latte wahnsinn das können wir nur gewinnen so alter mehr kommt und armstrong für kaisu und für michael adu schöne premiere gehabt beim fc st gallen wird auch nicht sein letztes spiel gewesen sein kann ich euch versprechen da ist das zwei zu zwei florian hüsenac noch mal sagen kann ja nicht sein wir sind die bessere mannschaft wir haben mehr tore verdient clores beroa und ja der sollte das zielen noch einmal üben carlos wagers jetzt mit der gelben karte nicht dass es noch eng wird hier ein wurf niksha raschic die sick beroa gräzig und dann ist item im abseits unser gold sternchen die minuten sind es noch gelbe karte ist sie an armstrong eigentlich heißt er ja schon muss hier angeschrieben ich sehe schwarz da haben wir aber glück gehabt bleibt wohl beim zwei zu zwei ja ich hätte noch mal ein bisschen umstellen können aber ich dachte mir kommen das passt schon so auch zwei zu zwei gegen los an und wir haben pech glück gehabt die haben glück gehabt das ist so basel gewinnt ist damit wieder vor uns 40 naja bin noch guter dinge alles zu meiner zufriedenheit so gibt bald wieder einen aufstieg kondition und frische sehen auch noch okay aus shanghai shenzhou das lehnen wir mal ab ja wollte man wohl zu viel würde ich sagen passiert so leutren paligi 8 1 sein dritten silberstern unser torwart da sind wir wieder 2,7 millionen haben wir noch die spieler muss ich irgendwie nach oben kriegen und natürlich bilden wir uns weiter keine angst tja meine fähigkeiten ihr seht ja über die brauchen wir jetzt nicht wirklich reden so potenzielle interessen brauchen wir uns jetzt auch nicht anschauen was haben wir denn hier gebäude ansicht ich sollte hier mal umschalten so sieht es aus ja da können wir auch mal aktiv werden aber dazu würde ich sagen brauchen wir noch ein bisschen was aber es sieht schon sieht schon nicht schlecht aus oder unser jugendinternat dürfte das hier sein oder bin ich am wochenende auch in st gallen vorbeigegangen am st galler nachwuchshotel würde ich mal sagen da ziemlich anders aus so was machen wir denn schönes ich habe übrigens noch 23,6 millionen ich habe vier prozent habe ein bankguthaben von 6 millionen und immobilienwert von 23,6 heißt ich könnte mir jetzt echt so ein manager anwesen holen kostet nur drei millionen soll ich das mal tun frage ist wollen wir das wohin bringt mir das was einfach nur lustig will man hier wohnen direkt am kibun park aber die ganzen leute sind ich glaube nicht das können wir ja mal machen hier so 137 tage bauzeit ist einfach mal nur privat das manager anwesen direkt am trainingsplatz das heißt morgens aufwachen bäm schon ist man da finde ich gut so gespräch mit dem präsidium weiß ich nicht vertrag kann man ja eh noch ich schaue jedes mal nach bis 33 das ist ja immer noch ein jahr so wie ist es denn hier momentan da tut sich wahrscheinlich jetzt schon was das ist gut hier noch nicht noch ein runter weiß nicht wir machen es mal so hier ist die auslastung 76 prozent hier 63 was eigentlich top ist so ihr können auch noch mal ein runter gehen nehmen auch hier noch mal ein runter passt auch so krank ist keiner das ist gut dann machen wir noch weiter dann sehen wir noch ein paar spiele ich finde ja wirklich wir sind gut drauf das lassen wir alles mal so so freundschaftsspiel wollte ich eigentlich gar nicht oder nein wollte ich nicht alles wird gut ich habe gerade kalte füße und ich merke auch gerade ich habe hier nichts zu trinken und ich frage mich warum warum ist das so echt eine gute frage ich arbeite hart und erhalte einen manager punkt okay 0.1 grad angestiegen das heißt ich sollte vielleicht mal ein bisschen was tun oder ich habe mir manager anwesend gebaut ich bin eigentlich schon krank oder leute rinpa lieben fokus von white casablanca da können wir auch mal gucken was die so zahlen wenn denn was kommt das mit den jugendinternaten habe ich immer noch nicht gecheckt weil fertig waren sie eigentlich so dann archie matthews torwart nein abgelehnt kündigung reinigungskräfte ein mitarbeiter hat gekündigt weil seine abteilung sowieso nicht ausgelastet ist das wird doch gar kein auffallen ja so ungefähr so der leute rinpa feste kaufabsicht 3,8 millionen ist der marktwert 203 millionen ist unser kader momentan wert der du rock der du rock der kommt noch oder geht wir werden sehen das sieht eigentlich alles ganz okay aus die haben echt eine feste kaufabsicht für leute rinpa lie 82 96 das kam also gut der du rock kaum spricht man von ihm kriegt da seinen vierten silber stern auf 85 wer unser 18 jähriger macht sich langsam kommt langsam dahin wohin soll so white casablanca wir gucken einfach mal was die uns so zahlen so offensivspiel geht's dann wieder los mit dem verkaufen und so so spieler schon auf 49 das ist okay bei 1 budget da brauche ich nicht viel machen na nu kuk nu kuk nu kuk wow gut da kannst du wirklich sagen da gehen wir mal auf 2 runter und hier würde ich sagen lassen wir es wenn ich schon dabei bin 11 echt jetzt wie hat's denn da ausgesehen 68 50 das heißt da könnte man schon noch was tun so immer schön eine nach dem anderen so charity kann man machen so es werden wieder diverse fähigkeiten trainiert und 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 lassen wir alles so wie es ist freundschaftsspiel brauche ich nicht dann haben sie ein bisschen mehr ruhe die leute ja ich weiß bei den testspielen kann man ausprobieren machen tun aber ich will dass meine leute zufrieden sind so tairo sakis kommt und will verhandeln über leutrim pali ich will 2000 und 5 prozent sie bieten 1 9 und 5 prozent dann mache ich 1 9 und 10 prozent gehen die auch mit dann ist er weg sehr schön das ist vollkommen okay bin ich vollkommen zufrieden mit ja jetzt habt ihr nur zwei spiele gesehen und was soll man dazu sagen Musanohu 380.000 er ist halt 34 30 jahre alt komm wir vereinbaren mal einen termin eigentlich wollte ich das Musanohu so Uriah Remigio Uriah Echt jetzt gibt ja nicht viel hier ne und einwürfe nicht wirklich komm lass uns Übersicht trainieren passt schon so Sichtungstag nehmen wir einen mit ich würde sagen ja auf alle Fälle die Frage ist nur wem hängende Spitze defensives Mittelfeld Matthias Frings sieht schon mal nicht schlecht aus für den Linksaußen den nehmen wir finde ich gut brauchen wir haben wir nichts verpasst so kommt Patrick Sutter Apuel Beresheva hat mehrere Kandidaten auf dem Zettel ja man merkt es ist langsam wieder Zeit einzukaufen so Musanohu gut weiterverkauft braucht man nicht machen ja wollen sie nicht dann darf Nuhu bei uns seine Karriere beenden so passiert hier noch was wahrscheinlich nicht ich mach das Let's Play 141 in dem wir jetzt sind auch ein bisschen länger damit wir das nächste Spiel noch mitkriegen und dann schauen wir mal so Emanuel Ugura Emanuel Ugura Torwart 99 29 Jahre Preis wäre okay aber ist mir zu alt das heißt ja sorry dafür ich bin da eher mehr für die jungen Leute so unser Netzwerk wurde erweitert Juhu sehr schön so Patrick Sutter Interesse ist erloschen dann halt so funktioniert auch so für mich Julian Julian Weisbach kriegt jetzt auch einen vierten Bronze 13-jähriger rechter Mittelfeldspieler so da sollen wir Musanohu noch nach oben bringen oder eher jemand anderen eine gute Frage der wäre noch gut die anderen sind noch zu wenig beziehungsweise können nicht mehr nach oben gebracht werden dann machen wir das so so nochmal geschaut ja jetzt wird das langsam besser hier hier 0-0 gut ich meine ich habe einen das heißt ich könnte auch alle rausnehmen bei den Scouts wer braucht schon Scouts wenn nichts zu Scouten gibt automatisch einmal die Woche Spielermarkt sondieren das ist richtig das machen wir immer die Frage ist brauche ich dafür einen Mitarbeiter ich lasse mal auf auf 0-0 mich würde interessieren was da passiert so immer schön eins nach dem anderen die Weiterbildung nehmen wir auch noch mit ja Patrick Sutter geht ja sowieso in 5 Monaten er geht nächstes Jahr naja da haben wir noch ein bisschen Zeit können wir noch schauen ob da noch was funktioniert ja gehen wir mal weiter auch das bleibt alles spiele ich sogar mal mit Abseitsfalle oder ich trainiere mal Abseitsfalle ist eh wurscht und dann in der nächsten Woche das Pokal spielt das erste nehmen wir noch mit und dann schauen wir auch noch mal schnell auf dem Trance-Fairmarkt eventuell geht auch da noch was so einen jungen Nachwuchskünstler mal gucken Juhu ich komme schneller vor der Analyse erwartet bald sind wir Level 11 gut dauert noch ein bisschen wahrscheinlich Ende der Saison oder so und nach diesem Let's Play hole ich mal was zu trinken und dann seht ihr mich dann schon morgen wieder so einfach geht's aber ich nehme hier noch ein paar weitere auf ja bei mir macht VR-Football immer mehr Spaß ich weiß nicht warum das so ist es gibt viele viele Leute die sich beschweren dass das Balancing nicht stimmt und dies und das und jenes ja 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 aber trotzdem macht es tierisch Spaß und es ist trotzdem ein echter Gerald Köhler also was will man dazu sagen freue mich ja auch auf Anstoß 2022 nur die Frage ist wann kommt es ich habe mal das Let's Play gesehen ich glaube Sven Otto hat ein Let's Play gemacht bin mir nicht sicher ich weiß es gar nicht mehr es hat okay ausgesehen es ist sicherlich gewöhnungsbedürftig aber es hat okay ausgesehen und ich bin mal gespannt was da so passiert was kommt und ja Raphael Ritschel auch seinen ersten Silberstern 6.9 offensiver Mittelfeldspieler Josopuric ist verletzt aber auch einen Stufenaufstieg genauso wie Wilko Tomic jetzt geht es hier ab 2.8 zahlt sich wohl doch das Camp aus das Internat nicht Camp schön so jetzt geht es dann gegen Zürich im Pokal und dann gegen Sion also die Woche nehmen wir noch mit dauert halt dann 40 Minuten knapp 40 Minuten das Let's Play ist wie es ist so Patrick Sutter oder ihn hier ich würde ihn hier nehmen dass man was bergauf geht hier so was haben wir gesagt einmal hier geguckt ja schau doch es geht doch funktioniert doch wunderbar wunderbar so dann müssen wir da hinten eben noch gucken hier sind wir bei 73 hier sind wir bei 69 das heißt sie müssen alle so zwischen 70 und 80 sein hätte ich gesagt das heißt wenn ich jetzt hier einen runter nehme dann wird es auf alle Fälle zu hoch sein bin ich mir sicher aber ja sehen wir dann so ihr wollt das Spiel sehen ich auch deswegen gleich weiter im Text 4,7 Millionen haben wir noch was brauchen wir überhaupt ich meine wir haben eigentlich schon Mastimeng Spieler Torwart links rechts außen Innenverteidiger gut da könnte man nochmal für Reserve Defensiv linkes Mittelfeld rechtes Mittelfeld offensives Mittelfeld das passt links außen rechts außen hängende Spitze und Stürmer also rein theoretisch noch ein links außen und ein rechts außen Verteidiger das wären so die Punkte die ich jetzt noch ja anstrebe wollte ich sagen so das passt sind alle schon vergeben alle 1,2,3,4 kommt dann mal was Neues nach sieht nicht so aus ja ich weiß ich druck jetzt hier wieder rum und mach und tu kommen denn noch links und rechts außen Verteidiger nach er hier zum Beispiel Fortschritt 67 ist halt schon krass so was ist denn wenn ich ihn hier jetzt mal raus nehme aber er ist halt auch ein großes Talent machen wir ihn mal raus dann darf er mal ein bisschen ausgehen und machen ihn mal rein man kann ja einfach hin und her machen passt ja weiter geht's wir machen Pressing wir machen Zweikampf hier machen wir nichts dann machen wir das hier dann nochmal Gegenpressing passt das machen wir auch raus brauchen wir eigentlich gar nicht ne dann machen wir eher ein kleines was machen wir denn da Distanzschüsse das passt so gegen den FC Zürich ich bin ja schon gespannt ganz gespannt bin ich 125 Jahre FCZ schön Gratulation ich frage noch das Kommentar vom Duroc selber mega geil wo er geschrieben hat ganz am Anfang irgendwann er wollte mich drauf hinweisen er hätte mich am liebsten angeschrien wenn ich diesen Button nicht gefunden hätte ich habe ihn dann gefunden weil er meinte bist du ja schon bei 140 oder so ach Duroc ja irgendwann gehen wir mal wieder in Discord und dann schauen wir mal was da so passiert so Zürich wo bist du Zürich ist hier die kann man also über die Mitte ziemlich stark was heißt ziemlich stark die kann man über die Mitte wirklich nehmen und das dürfte passen so die liebe Laura hat aufgestellt das ist auch gut was sie gemacht hat jetzt gehen wir mal wieder auf gehen wir auf kontrollierte Offensive oder vorsichtig offensiv regelmäßig regelmäßig lasse ich jetzt mal das ist gut das ist gut das ist auch gut spüren wir mal mit Abseitsfalle zwei na komm eine der Rest passt auch so jetzt mehr über die Mitte 22 17 17 das sieht für mich gut aus Rasensprenger geht an Flutlicht Ausfall können wir auch mal machen oder so da das das erste Pokalspiel ist werden wir ein bisschen Geld rein pfeffern es gibt einen freien Tag sicherlich ist es Gnonto ich sag mal krätzig das wird heute sein Tag ja ich finde viel Glück ist immer so könnte ich jedem sagen der ganzen Mannschaft und auch Urea sage ich das wird heute sein Tag vielleicht freuen sie sich mal und dann schauen wir mal los geht's im Pokal Auftakt gegen den FC Zürich und Lanzelot Carbon gleich mal mit dem Freistoß für Zürich auf Engelhardt Gnonto und das Ball das Ball ist drin The Ball mein Gott 1 zu 0 nach ein paar Minuten schon aber wir werden nicht aufgeben da ist auch schon Kai Su und der denkt sich einfach mal boah Tor ist da ich versuch's mal und das war nix rote Karte für Hasan Al-Tambakti das ist gut das heißt wir können hier auf Offensiv gehen und werden das Pokalspiel jetzt sicherlich auch gewinnen das war schon mal ein Vorgeschmack dann zeigen wir denen mal wo das Netz die Löcher hat so Kai Su mit dem Elfmeter wir führen nicht aber es ist unentschieden aber gleich werden wir führen verspreche ich euch Isik ähm Kretzik Urea Su Beror lieber Herr Beror das Tor ist etwas weiter links so Zürich greift an Milev direkt mit dem Konter mit der Einleitung dazu Ball kommt auf Milato Demi Lato gibt ab auf Urea auf Su und dann 30 Minuten rum mehr Chancen als Tore aber das ändert sich gleich da war Kretzik darf auch mal vorbeischießen dann ist er nicht ganz so alleine 40 Minuten Penacho Penayo der schießt noch weiter vorbei als Beror ich glaube ich brauche eine Statistik von Leuten die am Tor vorbeischießen wer am weitesten schießt kriegt den Loser des Jahres aber naja so weit sind wir noch nicht so Kai Su ich weiß du hast das Tor geschossen aber ich finde du spielst gut Kontrollierte Offensive finde ich eigentlich sehr gut wir könnten Angriffsfußball mit kurzen Pässen machen und dann einfach mal gucken so Beror mit dem Eckball wird es ein Assist Urea jawohl Remigio Urea mit dem 2 zu 1 Armstrong Michael Adu dribbelt sich am Strafraum lang ist drin passt auf Urea dann ist Ngondor und wehrt den Ball ab Chaveau Madu Herrera mit dem Abfang des Balls Chaveau Chaveau mit dem Ball in die Mitte auf Urea der auf Penayo ganz knapp und 2 zu 1 reicht uns Michael Adu mit der gelben Karte Eitermeer mit der gelben Leute passt auf muss nicht mehr sein als nötig so Eitermeer Krätzig Urea auch wieder ganz knapp vorbei will keine überflüssigen sehen St. Gallen greift an Armstrong Rastzic Vargas Chlores Eitermeer Urea Krätzig Ball drin 3 zu 1 damit sind wir weiter das kann uns keiner mehr nehmen Carlos Vargas vielleicht noch einen gibt ab Urea und dann ist es Musanu Wahnsinn ich gönne ihm das Tor total Zürich auch noch mal in der Nachspielzeit Karbon mit einem weißen weiten Pass Engelhard und dann machen sie noch das Tor 4 zu 2 ok aber wir sind weiter das ist das Ziel gewesen schönes Spiel gemacht finde ich gut dann schauen wir mal wer unser nächster Gegner sein wird einer ist schon ausgeschaltet auch das sieht gut aus so dann werden wir mal ziehen Lugano spielt gegen Sion soll ich schnell machen? Basel spielt gegen Luzern wenn man sich die Stufe anschaut dann sind wir das stärkste Team was hier gerade dabei ist oh wir spielen mal wieder gegen den FC Wiel 1900 kann man sehen wie man will es ist immer noch mein Angstgegner aber ja so das war es dann so Independiente Del Valle verkaufen der Duroc für 2,6 Millionen machen wir das würde sagen wir vereinbaren mal einen Termin und gucken mal was da so geht ihr werdet euch denken jetzt macht doch das Let's Play fertig ja mache ich auch keine Angst so wenn ich den Duroc verkaufe dann muss ich mir einen Jungtorwart holen ist so aber wir wollen 3,6 10% sie bieten 3 3,4 sie würden 3,2 bieten 3,2 5% damit würden sie konform gehen ich unterschreibe mal den Vertrag dann ist der Duroc jetzt bei uns Geschichte oh nein wir bleiben Freunde keine Angst und dann schauen wir mal ob wir noch einen jungen Nachwuchstorwart holen hat ein Video gemacht traurig von den Fans so heute schließt die Transferliste ich habe den Deadline Day verpasst uuuu ui 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 so wir gucken mal finden wir noch einen Torwart hier Innenverteidiger 8,4 nicht das was ich suche Kai Su verkaufe ich auf keinem Fall ja den Deadline Day da sollte ich mir echt mal irgendwie einen Alarm setzen so ein Torwart mit 8,7 für 5,5 Millionen 8,7 29 Jahre ist mir ein bisschen zu alt wenn man sich das so anschaut ich bräuchte auf alle Fälle einen aber ich habe noch genug also in der Jugend etc so gehen wir weiter ich werde Kai Su noch nicht verkaufen so gibt es noch einen ja gut es wird noch mehr geben Innenverteidiger 8,2 der so gut wie alles kann 29 Jahre naja sie wollen immer noch Kai Su will ihn aber nicht verkaufen defensiver Mittelfeldspieler Lohega dann ein Linksaußen Stürmer werden wir nicht machen Diego Penayo für 6 Millionen nein so geht noch was geht noch was komm irgendwas gescheit so da haben wir Vargas wir könnten Vargas verkaufen für 1,7 Millionen ich glaube Vargas steht bei uns sowieso auf der Transferliste hm irgendwie würde ich ihn sogar noch behalten wollen können auch mal ein Gespräch vereinbaren mit den einzelnen Spielern aber ja wie gesagt passt schon das ist nicht das wahre was da passiert es passiert nix also dann ist der Deadline Day vergessen vorbei Geschichte und dann geht es auf zu Sion spielen wir halt nur mit einem Torwart Können lustig werden wenn unser Torwart sich verletzt gesperrt wird oder sonst was dann ist das Geschichte gewesen aber ja was soll's hier bietet sich wieder die Mitte an eigentlich bietet sich alles an wäre auch okay 20 überall 20 so wir werden wieder vorsichtig offensiv agieren wir sind nämlich 8er sollte also funktionieren gegen den FC Sion war nicht gegen FC Sion sogar der letzte Rekord ich bin mir gar nicht mehr sicher war das ein 7,1 ich weiß es gar nicht mehr egal so natürlich gibt es auch hier Geld aber nur 10.400 das passt ich glaube das ist das längste Let's Play was ich bis jetzt gemacht habe mit knapp 50 Minuten aber ja lange nicht gespielt dachte ich komm ich will das einfach mal weitermachen so Penayo auf Apollinario der auf Beroa Beroa auf Urea Adou Krezig Milato Urea Tor äh Remigio Urea mit dem 1 zu 0 und dann ist Anto Grigic verletzt bei Sion tut mir leid ich war's nicht Einwurf Philippe de Milato Apollinario vorbei Sion greift an Hui Gefährlich der war knapp so nochmal Zaintini mit dem Eckball für Sion Doret und dann ist Milev da ja Milev sollte seine Chance sehen nochmal Urea loben und auch mal Milev loben du spiele super so Milev spielt wirklich gut ähm alle freuen sich findet seine Leistung okay so St. Gallen im Angriff äh Chauve wir gehen auf Offensiv Freistoß Beroa Harkais Beroa mit einem Direktschuss Kelleher nach außen abgewehrt ganz in der 59. Minute 70 Minuten rum alles hat gewechselt Chlores jetzt mit dem Eckball Eitermeer da war's dann so wechseln wir auch noch da sind unsere Wechsel Amalberti Armstrong Eitermeer ihr habt es ja schon gesehen Chlores ja passt so Sion nochmal bitte nicht schon wieder ein Unentschieden bitte bitte nicht jetzt spielen sie uns aber schwindelig und da ist das Tor Maxim Pau so wir greifen nochmal an Isik zu Armstrong Kelleher ist da 93. Minute da ist es aus nur 1 zu 1 ok das heißt ich muss wieder umstellen ist trotzdem noch ok aber so langsam könnten wir mal schauen dass wir nach oben aufholen wenn Bernd schon die ganze Zeit verliert aber das sehen wir dann alles im nächsten Let's Play 53 Minuten in diesem Let's Play für die Gott wird man in Bayern sagen so langsam nimmt das alles Formeln an und wir wechseln zum CF Amerika nicht so kommt noch Aufwertung Abwertung was es immer so gibt das ist doch schön 25 Fortschritt bei der Fähigkeit Schusstechnik dann nehmen wir die mit das passt und wenn wir dann da sind kommen wir dann auch da hin so ich würde sagen das war es erstmal ich wünsche euch einen schönen man sieht sich morgen macht's gut ciao ciao bis dann für euch am Mikro war der Frank und danke nochmal für die vielen Tipps wenn ihr wollt lasst ein Abo da oder ein Like oder was auch immer freue mich ciao